Moin Moin, ihr alten Wichser. Willkommen zu Höchstervor 2, äh, 3, äh, ne, geht's. Na, Jack, mate. Okay, da hab ich mich jetzt gerade irgendwie schraubt. Äh, ja, auf jeden Fall, ähm, spielen wir jetzt noch eine kleine Runde. Ja, im fröhlichen Weinkeller. Das ist also das UUR Scharfschützengewehr. Das ist keine Waffe, das ist ein Kamerad. Dann schuldet mir noch zwei Magazine, Mann. Ja, ich freu mich das sehr drauf. Assyl-Angriff, erreichen. Ach, Zeitvorgabe. Du musst entscheiden, steht da. Irgendjemand hatte die Altstadt als Zielbereich für den Hammer der Morgenröte ausgewiesen, ohne uns zu informieren. Und ohne Funkverbindung hatten wir keine Chance, der Zentrale in den Schein zu geben. Vielleicht war das doch keine gute Idee. Lauf! Oh Gott! Sniper! UMA! UMA! Sniper! Bomben! Tot! UMA? Äh, meiner hat gerade UMA, ich bin. Oh. Oh Gott, Sniper! UMA! Alles klar, alles safe, alles safe, alles safe. Ach du bist das! Ich komme hier nicht weiter! Oh! Da ist ne Troika! Ist das gut? Ne, da ist ne Gatling. Ja, ich weiß. Hab ihn! Äh, alles klar. Ist ja fett! Mein Freund! Kommt! Kommt, wer will sie mit mir anlegen? Du? Ich zeig dir mal, wie der Kohlfeld das macht. Oh nein! Nein! Mein kleiner Freund ist ja sechsmal wir alle. Wo geht's denn hier weiter? Ich weiß aber gerade nicht wo lang. Ich glaube, hier kommen noch mehr Gegner einfach. Nein, da sind ganz schön viele. Alter, da ist ein Boomer! Boom! Boom! Okay, alles okay? Äh, Angriffe. Na, 1,50. Ah, da unten sind AP-Knapp. Oh! Das hat mir ein bisschen getroffen. Ich muss nachladen. Ah, da ist ein Boomer! Alter! Was hast du mit dem gemacht? Na, mit dem Shotgun. 1,20. Alter! Alter, jetzt komm! Hol dir den Gegner! Wird der denn hin, Mann? Äh, wir haben noch eine Minute. Jetzt komm, 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 eins! Check it! Und immer noch Zeit! Töte ihn! Ich glaube, das ist das Ende! Komm, komm, komm! Töte ihn! Alter! Falter! Kopf weg! Du hast ihn gerade den Kopf abgeschossen. So muss ihn sein! Oh, geschafft! Okay, alles safe! Aber wir spielen doch auf jeden Fall weiter! Ich sagte ihn! Epische Preiskiste erhalten! Ach so! Ah, wir haben wieder 3! Wir haben wieder 3 Sterne! Cool! Juhu! Gottfass! Es war schneller durch die Gebäude zu gehen, als außen herum! Sie waren alle so... Verlassen! So verlassen! Wenn niemand evakuiert worden war! Wo waren dann alle? Aber Coldwind sagt irgendwie gar nichts, oder? Ja, Stille, Wasser sind tief, ne? Was ist? Stille, Wasser sind tief! Ach so! Ich werde hier aber... Pfff, ich weiß auch nicht! Ach da! Oh, was gibt's denn hier? Nur Hammerbör... Und Luparas! Aha! Also kein Lancer! Und keine Knasche! Ja, und was ist, äh... Hammerbörds? Das ist die Locust-Waffe! Gegenstück zu Lancer! Ich weiß, dass es uns verboten ist! Oh, haben wir gleich ausgerüstet! Ja gut, dann ist ja alles klar! Und dann laufen zu überleben! Muss man sich anpassen! Und wer an so viele Mann! Und Gears 3 war nur... In-Schuss! Nein, das ist alles okay! Kantos! Ich seh'n! Der heilt die Verbündeten! Ja, ich weiß! Ja, ich muss es dir auch sagen! Ich auch! Ich hab so'n Ding gefunden! Uah! Zecken! Halt, ich bin unterwegs! Ähm... Alter! Achso, ähm... Nur mal so, gehst du auch vor Judgment-Speed nach, äh... 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 Ja, bevor gehst du auch vor 1! Vor Teil 1! Also, ungefähr zur Zeit der... Ja, also am Anfang der Locust-Invasion und so... Allerdings, ähm... Bin ich mir... Nicht sicher, inwiefern die jetzt, äh... So sehr auf die Massen-Staffen eingehen, glaube ich... Pass auf! Der hat so'n One-Shot! Der in den Locust! Der war geschossen! Na, ich halte das schon aus! Aber Maul geht echt ganz schön ran, oder? Ja! Der kann das nicht immer noch! Dieser Schweine-Wichser, ey! Ach! Ich bin unten! Jetzt wär' der Fick noch geiler, um zu 4 zu zu spielen! Hast du eigentlich nicht gestern vorbereitet? Du spielst ja an dem Spiel! Mhm! Ja, ja! Mit Wien eigentlich? Äh... Mit meinem Bruder... Einen Kumpel von meinem Bruder... ...und Boy, glaube ich... Ja, ich wollte das eigentlich auch machen... Ich glaube, es hätte mehr Spaß gemacht, dass wir 2% zu spielen... Ich hab's ja alleine gespielt! Ich hab's ja nicht geschossen... Oh man, ey! Ich hab's ja nicht geschossen... Ein bisschen, aber warte... Was passiert eigentlich wenn ich sterben? Keine Ahnung! Doll! Jetzt rennen wir uns! Sehr schön, jetzt muss den Lupfarrer Muni ja... Immer noch keine Lupfarrer sind die ganze Zeit alle! Das ist denn die Lupfarrer? Die Shotgun! Alter Kieler! Okay, jetzt werden wir so etwas rausfinden! Nein! Ja, jetzt ist du mich mal gerettet, ne? Haha, ich war ja gerade vor dir! Ja, du hast die Zecken nicht aufgehalten! Ja, hätt' ich so angestoßen, wär's auch explodiert! Ja, musstest du wohl ne Entscheidung treffen! Pff! Ich kann mal gucken, ob das zählt, ob ich das schon aufgehoben hab! In manchen Spielen muss man das ja immer wieder aufheben! Ne, ja, das zählt! Was denn? Na, das Gegenstand aufheben! In manchen Spielen musst du nach ne Niederlage immer wieder das aufheben! Oh! Ich weiß, vielleicht gehst du doch vorher immer so! Verrück nicht! Ach, das bist du! Los, los, los! Ja, ich bin ja gerade auf die Treiber gehen, aber nicht! Verständlich! Hast du einen geschnallt getötet? Natürlich hab ich schon ein paar getötet! Weil wir so wenig Schuhe haben! Fuck! Alter! Hast du die gerade alle ab... Wichst? Ja! Ja! Okay! Boah! Oh, das ist alles weg! Alter! Du hast hink grade außeinander gerissen... Oh! Ich muss mir eigentlich mal die Erschiffments angucken. Gibt es da eigentlich schöne Erschiffments oder sind die eher scheiße? Alle machbar. Gibt es hier wieder Level 100? Nein. Nee, geht nur bis 50, aber du musst da vier oder fünfmal Prestige aktivieren. Also wenn du 50 bist, dann nochmal neu anfangen. Also alle machbar. Das dauert halt ein bisschen. Ja, das ist richtig machbar. Eten Loop Paraschuss habe ich noch. Oh Mann ist das. Da guck mal, da hinten kommen Gegner. Hast du die snipen? Ja. Und die darfst du benutzen. Ach, das ist One-Shot, ne? Das ist auch One-Shot. Oh Mann, hätte ich doch gehen. Da sind aber noch viel mehr Boomer. Alter, du fettst dir echt alle weg. Wie sind die denn da noch? Jetzt sind alle. Oh. Ich finde, gerade ist das echt so ein bisschen schön. Ja. Ich weiß gar nicht, wie krise es auf der Xbox aussieht. Ach, sehr gut. Hast du drei? Nee, leider nicht. Ich glaube, aber hier schon ein paar Sachen zu sehen. Pass auf, die kommen alle hoch. Ich halte die Stellung, Rico. Einen habe ich. So. Kevalle. Alles klar. Mann, ich habe noch nie so viele Magen auf einem Fleck gesehen. Ich weiß. Gehen wir schnell rein. Ja, siehst du. Dein Charakter stimmt mir immer zu. Ach, ich habe nur 12 Sekunden. Also willst du erst ein Part-Ende machen? Ja. Wenn wir hier nach wieder drin sind. Das Witzige ist, mir werden immer deine Sachen angezeigt. Du hast 18-14-Kills. Da wird immer das angezeigt, wer der Meister davon hat, denke ich mal. Ach, stimmt. Bei Hinrichtungen bist du. Ah, ja, stimmt. Alle auf dem Balkon wurden ausgelöscht, Sir. Möglich alle? Loomis schickt uns. Wo sollen wir hin? Hier sagt keiner auch nix. Ich schon. Sie auch nicht, Kadett. Bleib hier und verteidigt diesen Bereich. Der Ostflügel wird gerade zerlegt. Was ist denn ein Ohr nix? Jetzt sind die Elite-Soldaten der K.O.R. Und jetzt ist Markus Phoenix einer. Hauptthalle! Ihr bekommt Besuch für den Bermaden. So habt ihr fertig. Ja, also bist du nächstes Mal. Wenn es wieder heiß mit Coldfane. Ja, ist auch Laufen. Gegner Schmerzen. Oh, guck mal hier. Okay, ist wieder so ein Ding. Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hau da rein, Leute.